Und ich hoffe, es bleiben so und die Leute festen bis spät in der Nacht. Zum ersten Mal ist eine Premiere, eine Clique, die Mauschenklöpfer heisst. Und ich glaube, das Tele-Bilang-Team hat eine Reportage gemacht, wie sie sich vorbereiten und die schauen wir jetzt an. Die Kostümprobe, zwei Tage vor dem Schnitzelbankabend. Schwarz-weiss gestreifte Hosen und eine blaue Weste. Die Maske liegt auch schon bereit. Um den Hals wird keine Fliegen gebungen, sondern eine rote Schau. Das ist ideal, oder? Das ist gerade ein bisschen länger, oder? Nein, das ist kurz. Kurz? Eine Schau, kurz. Ja, wie willst du das machen? Das ist doch nicht zu kurz. Das ist doch nicht zu kurz. Zusammen schauen die Herren ihren letzten Auftritt vor zwei Jahren als Puente-Rugger an. Erinnerungen werden wach. Das alte Vers von ihm. Das ist gerade so einer von der Bahnhofstrasse. Der Hammer ist der Baggi, sie kommt aus dem Kosovo. Und dann kommt das Multimon durch. Das ist genial zu sein. Aber das ist jetzt Geschichte. Sie haben sich neu erfungen. Mit einem neuen Namen. Das war die Voraussetzung. Wir haben gesehen, dass Puente-Rugger gestorben sind. Wir machen einen neuen Namen. Wir machen neue Costüme. Wir machen neue Masken. Wir machen eine neue Melodie. Eine ganz neue Gruppe. Andere Versen. Andere Versen. Also kürzere Versen vor allem. Ich kenne Zwei-Zieler mehr. Ich kenne Zwei-Zieler mehr. Es ist einfach ein komplett neues Konzept. Die Art der Versen sind eigentlich ähnlich. Ähnlich, ja. Wobei wir nicht wahnsinnig viele politische Sachen mitgenommen haben. Wir haben gesagt, wir machen lieber ein paar Versen, die für alle sind. Das ist wie eine Chance vom Anfang Becci Zwei. Ja, das ist okay. Muschenklöpfer heissen sie jetzt. Und dieser Name muss zum ersten Mal erklärt werden. Die Musche ist die Mitte der Zielschiebe. Muschenklöpfer sind, wer wäre so frauenfindlich. Das sei der Frauenklub zu uns ganz unverbindlich. Jetzt haben wir diesen Weiber gesagt, den dummen Geisser. Dass wir ja Muschen ohne Muschenklöpfer heissen. Gemeinsam wird angestossen und gegessen. Später proben die Muschenklöpfer noch ihre zwölf Schnitzelbänke. Für das Depuente am Schnitzelbankabend auch Rücken oder voll in die Muschenklöpfe. Die Muschenklöpfer sind, wenn die Muschenklöpfer sind. Die Muschenklöpfer werden, wenn die Muschenklöpfer sind. Und sie werden zu erreichen, dass sie ihre Ziele erreichen. Besonders auf ihrem Pamphlet. Das werden sie sicher versuchen mit ihren Sprüchen. Die, die den Beitrag gesehen haben. Die haben vielleicht auch ein altbekanntes Gesicht gesehen. Es sind also nicht Anfänger, die jetzt kommen. Sondern Leute, die wissen, wie man das Ziel trifft mit einem glatten Vers. Also, ich versuche Ihnen zuerst die Muschenklöpfer. Wir kommen zur Premiere. Zum ersten Mal dabei. Hier im Kongresshaus. Vielleicht werden Sie die eine oder andere Stimme kennen. Aber wir freuen uns auf diese Premiere. Muschenklöpfer! Nachher an die Jungs, seh rauf und begrüssen sie. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 «Heit, heit, heit, heit.» «Heit.» «Grüsslich zusammen.» «Bonsoir.» «Salut.» «Dir hätt's gehört, wir sind neu.» «Mir heissen Muschenkläpfer.» «Und ein bisschen mehr über unseren Namen gehört ihr im ersten Vers.» «Zwei.» «Muschenkläpfer, sieg, wer wär so Frauenfindlich.» «Das sei der Frauenklub zu uns ganz unverbindlich.» «Jetzt hei mir den Weiber gseit, den dummen Geisser.» «Dass mir ja Muschen ohne Muschichkläpfer heisse.» «Zwei.» «Im Svingerklug kannst du die Herrlichloh verwöhnen.» «Es braucht ein paar Böckli und ein paar Geissli, die stöhnen.» «Der grösste Bock dort drinne, das wär zu wie von Sonne.» «Der ging auf Italien, der geile Berlusconi.» «Jetzt kommt einer von nostalgischen.» «Von früher.» «Zwei.» «Wenn früher von der Bahnhofstrasse färse kam, es hig ja nur noch schwarze Afrikaner da.» «Der ist das Falsche gelogen, den könne sie nicht bringen.» «Von zehn hei dort ganz sicher zwei noch weissig Ringe.» «Zwei.» «Was bin ein Mensch, der das Hirn leistet, loht sich prüfen.» «Beim Impact-Test kann der Computer das anprüfen.» «Doch leider würd das beim Lumengo gar nüt bringen.» «Weil is im Ganzen gring keis Hirne würd isch fingen.» «Und auch der Berlusconi könnte diesen Test nicht buchen.» «Weil man sein Hirn beim Hossalat suchen muss.» «Das ganze ist ein schönes Bildchen, schaut ein wenig auf die Details.» «Zwei.» «Ein 80-jähriges Mütte steht im Sexshop inne.» «Sucht etwas aus für das Gemüt und etwas auch für die Sinne.» «Am liebsten hat sie so einen Stäbchen, der rohren kann.» «Für denen, wenn ich den Käfer weder Mausen zohren.» «Bei dem Bildchen müsst ihr auch gut auf Detail schauen.» «Zwei.» «Ewige Liebe, das wünsch ich dir. Ewige Liebe, das wünsch ich mir. Ewige Liebe, nur für uns zwei. Ewige Liebe, ob wir nicht mehr können.» «Ewige Liebe sind doch die Schätzchen vor der Nation.» «Trotzdem isch jetzt für'n Velotonin Endstation.» «Sie nimmt Florian, wo nicht Haus oder Heerbuck.» «Ist das etwa vielleicht wegen dem Asch zu seinem Knebel.» «Wenn die Frau seine Orte singt zu seinem Fleurel.» «Ein Weg, von morgens bis am Abend.» «Vielleicht sind ein paar Seligen hier drin, ich weiss nicht, das könnte sein.» «Gel, Baddi.» «Zwei.» In der Neumarktstrasse haben die Schugger und das haben wir genossen. Ein falscher Verbrecherstern hat sich in die Scheiche geschossen. Bei dem Auto brennt und beim Knäubel in der Linde. Steht mir auch neben den Schuhen, sie können nichts rausfinden. Jetzt ist doch ihnen Judi Huyen gerade gut gelungen. Sie haben auf dem Balkon ein Halbpflanzchen gefunden. Wir haben uns gefragt, ob man die nächsten zwei Versen so bringen kann. Ja, nach Befragung trauen wir uns jetzt, diese zu sehen. Die Versen können problemlos nehmen. Die sind Knüller. So haben wir es gehört vom Duo Jacobo und Müller. Es wimmelt viel von Jugos, schwarzen Lohn von Türken. Für die Sicherheit kann da schon lange niemand mehr bürgen. Der absolute Hammer ist, wer will es verstehen. Zum Dessert haben wir jetzt noch die Schwaben bekommen. Es ist ja gut, dass so viele Deutsche zu uns kommen. Aber sie gönnen. In dem Moment muss ich aber unsere Kollegen aus Karlsruhe, Peter, Bernd und Anhang ganz herzlich begrüssen. Und ich darf sie begrüssen. Superschön, dass ihr auch wieder gekommen seid. Und etwas kann ich versichern. Spätestens am Dienstag gehen sie wieder heim. Ja. 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 Und ich begrüsse auch unsere Kollegen und Freunde aus Olden und einen anderen. So, wir kommen zum letzten Vers. Und bei dem müsst ihr jetzt ganz gut auf das Bildchen schauen. Das ist so ein verwandelbares Bildchen. Wandel der Rucksack. Zwei. Am Samstag oben hat der Jus auf Kleidspiel gesoffen. Und seit dem Sonntag seinem Kollegen, den er getroffen hat. Ich habe Krach kam mit dem Hans, der Wett, dass ich verrecken. Jetzt weiss ich bitte, wo ich mein Messer haben lasse stecken. Und, das ist alles glättest. Wie ist es so ein Rucksack? Und das Chryile, was man lassen kann, das ist sehr schön. Und er hat eine wieóc. Das ist so großartig. Was ist das fertig? Wer es sich machst? Weitsche, Lärme, Pumse, Noll und Träge. Dazu, der Tarzan, Wild und gestört, gehörst du oben, Bäge. Da bist du nicht im Urwald, nein, das ist der Best. Da bist du zur Bumme, an dem ausglitten Hip-Hop-Fest. Einmal neu noch. Zwei. Das frische Fleisch vom Go-Opion, wir müssen es rätschen. Musst gerade schlucken, darfst nicht lang drauf vormen ketschen. Ob Schminigs, Buhle, Rinds, Fuscht, Gag auf die Scheisse, hocken, alles hat den gleiche Geschmack wie alte, sauren Wocken. Und jetzt der allerletzte. Und der ist ziemlich interessant für unsere Politiker, der allerletzte. Vielleicht ein paar Freude. Sehr weit. Im Leben gibt's viel gute und schlechte Nachrichten. Wir könnten von Möschterli singen oder brichten. Doch das Allerbeste, was wir letzte Zeit hei gehört, ist, dass der Pierre-Yves Möschler jetzt an endlich hört. Und wir hören jetzt auch. Dankeschön. Merci vielmals. Tschüss zusammen. Schönen Abend. Eine gelungene Premiere. Noch mal einen herzlichen Applaus. Einen Mäuschenklepfer und eine schöne Fasnacht wünschen wir euch. Merci vielmals. Applaus Und dann geht's. C'est vers Caustique de la part des Mouches-Chlepfer, qui sortent à l'instant de la salle du Palais des Congrès. On va tout de suite continuer en musique avec une autre Clique-Emblematique. Genau so ist es. Mouches-Chlepfer haben eine gute Premiere gehabt. Wahnsinnig gut, mir hat das gefallen. Es geht weiter mit der Bebop-Clique, eine Clique von Boezing, also von Bouchard. Sie sind seit 1973 auf der Gasse. Sie haben den Drachen gesehen und diesen Drachen begrüssen wir jetzt sicherlich. Absolument, le thème de cette Clique, les Dragons, voici les Pipo.